Ob hoch, ob schwer, Ziegler muss her. Ziegler, Arbeitsbühnen und Autokrane. Wir, die Arbeitsbühnen Ziegler GmbH, sind Ihr kompetenter Ansprechpartner, wenn es um Arbeitsbühnen, Autokrane und Stapler geht. Über 60 Mitarbeiter an den drei Standorten Würzburg, Aschaffenburg und Schweinfurt stehen Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung. Wir beraten und planen mit Ihnen den Einsatz des richtigen Gerätes für Ihr Projekt, liefern, bedienen und warten den großen Fuhrpark und schulen Sie im Umgang mit dem ausgewählten Arbeitsgerät. Wahre Allrounder und nahezu unverzichtbar auf jeder Baustelle sind die Ziegler Gelenkteleskopbühnen. Diese sind bis zu einer Arbeitshöhe von 43 Metern einsetzbar. Die Ziegler GmbH im Auftrag des Ziegler GmbH im Auftrag des Ziegler GmbH. Die Scherenarbeitsbühnen aus dem Vermietprogramm erreichen eine Arbeitshöhe von 28 Metern. Vielseitig einsetzbar sind die LKW-Arbeitsbühnen mit einer Arbeitshöhe von 107 Metern und einer seitlichen Reichweite bis zu 40 Metern. Musik Musik Ob für Baumpflegearbeiten oder Brückenbau, wenn es draußen hoch hinausgehen soll, sind Sie mit einer unserer LKW-Arbeitsbühnen richtig bedient. Musik Autokrane von 20 bis 800 Tonnen Tragkraft stehen in unserem Mietprogramm zur Verfügung. Musik Wann immer Lasten präzise und sicher bewegt werden sollen, haben wir für Sie das richtige Gerät. Musik Diverse Sondergeräte machen auch scheinbar Unmögliches möglich. Diese Arbeitsbühne findet auch dort noch Platz, wo eigentlich gar keiner ist und passt sich perfekt den Gegebenheiten am Einsatzort an. Musik Über 500 Geräte stehen in unserem hauseigenen Fuhrpark zu Ihrer Verfügung und auf weitere 7.000 Arbeitsbühnen können wir als Gesellschafterin der Systemlift AG bundesweit jederzeit zugreifen. Mit Ziegler sind Sie immer an der richtigen Adresse. Wo auch immer in Deutschland, Österreich, Schweiz oder Italien Sie ein Gerät benötigen. Rufen Sie uns an, wir kümmern uns darum. Unsere Zusammenarbeit mit mehr als 80 qualifizierten Systemlift-Partnerbetrieben macht es möglich. Schnell und reibungslos, so wie Sie das von Ziegler gewohnt sind. In unseren professionell ausgestatteten Werkstätten, in denen geschultes Fachpersonal nach dem neuesten Stand der Technik arbeitet, werden all unsere Geräte regelmäßig sorgfältig geprüft und gewartet, sodass sie Ihnen jederzeit im einwandfreien Zustand zur Verfügung stehen. Selbstverständlich kommen dabei nur Original-Ersatzteile und Materialien namhafter Hersteller zum Einsatz. Auch in Sachen Qualität können Sie sich absolut auf uns verlassen. Zu unserem Rundum-Service gehören auch umfassende Schulungen. Ob vor Ort bei Ihnen oder in unserem Hause. In theoretischen und praktischen Einheiten erwerben sich Ihre Mitarbeiter Kenntnisse und Erfahrungen in Sachen Fahrsicherheit, Sicherheitsbestimmungen und Unfallverhütung, Gerätetechnik und weiteren wichtigen Voraussetzungen für die sachkundige Bedienung der Geräte. Professionelle Beratung, flexible Lösungen, umfassendes Service, bundesweit und rund um die Uhr. Das ist Ziegler. Alles aus einer Hand. Ziegler, Arbeitsbühnen und Autokrane. Das ist Ziegler, Arbeitsbühnen und Autokrane. Das ist Ziegler. Das ist Ziegler. Alles aus einer Hand. Das ist Ziegler. Das ist Ziegler.